Die DHV News vom 5. Januar 2018. Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter fordert Legalisierung. Verbot von Steckringen und Samen in Österreich. Ich wünsche euch erstmal ein erfreuliches Jahr 2018 und begrüße euch zur 150. Ausgabe der DHV News. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich danke euch für all die guten Besserungswünsche wegen meiner Leisten-OP. Die Wünsche werde ich mir aber noch ein bisschen aufbewahren müssen. Die OP wurde nämlich ganz kurzfristig verschoben, komischerweise. Und ich erzähle das Ganze eigentlich auch nur, weil dadurch jetzt die übernächste Ausgabe auch wieder ausfallen wird. Jetzt aber zu den Themen erstmal nochmal ein DHV-Thema, Weihnachtsspendenkampagne. Die läuft noch ein bisschen, aber wir haben jetzt mittlerweile gerade die 40.000-Euro-Marke überschritten, damit einen neuen Rekord erreicht. Damit ist auch die Studie in Sack und Tüten, wie man so sagt, die Professor Haukapp für uns machen soll zu den Kosten der Cannabis-Prohibition. Und alles, was jetzt noch reinkommt, kommt dem DHV zugute. Bis jetzt ist für uns selbst noch nicht arg viel übrig geblieben. Von daher allen, denen unsere Arbeit 2017 gefallen hat und die mehr davon sehen wollen, können noch mitmachen bis 15. Januar und vielleicht auch was gewinnen dabei. Also auf geht's, mal gucken, wie rekordig der Rekord dieses Jahr noch wird. In der letzten Ausgabe hatte ich berichtet, dass die FDP im Bundestag den ersten Aufschlag gemacht hat in Sachen Cannabis-Politik mit einer kleinen Anfrage. Und die Antworten der Bundesregierung sind jetzt da. 16 Fragen, 16 Antworten. Meistens nicht viel Neues, zum Beispiel zum Thema kommunale Modellprojekte hat die Regierung da nichts Neues verraten, was sie nicht eh schon zum Beispiel in den Ablehnungsbescheiden für Friedrichshain, Kreuzberg und Münster reingeschrieben hat. Interessant ist beim Vergleich von Alkohol und Cannabis, wie sich die Bundesregierung da rumlaviert, diesem direkten Vergleich der Gefährlichkeit auszuweichen. Aber selbst da können die nicht ganz drum rum tatsächlich zwischen den Zeilen zuzugeben, dass Cannabis halt keine Toten verursacht, während Alkohol massenhaft Tote in Deutschland jedes Jahr verursacht. Also da kann man so ein bisschen was rauslesen. Ansonsten ist eher irgendwie ziemlicher Käse. Interessant, besonders für uns in dem Zusammenhang sind die Antworten zu den Zahlen. Ach ja, bevor ich dazu noch komme, auch sehr schön beim Thema Alkohol wird die alte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zitiert, nach der Alkohol ja zur deutschen Kultur gehört, zur europäischen Kultur und deswegen alleine schon nicht einfach so wirksam verboten werden kann, als wenn das Cannabisverbot so wahnsinnig wirksam wäre. Und konkret das Zitat ist so schön. Es dominiert eine Verwendung des Alkohols, die nicht zu Rauschzuständen führt. Also Alkohol wird fast immer nur mal so ein halbes Glas Wein zum Essen getrunken, von dem man dann nichts merkt. Alles klar, Bundesregierung, wissen wir Bescheid. Aber jetzt zu den Zahlen nochmal. Die FDP hat auch gefragt, wie viele Steuereinnahmen wären denn durch legales Cannabis möglich und was kostet die Durchsetzung des Verbots? Und die Antworten waren sehr eindeutig. Wissen wir nicht, haben wir keine Ahnung, haben wir keine Daten und wollen wir auch überhaupt nicht wissen, weil wir wollen ja eh nicht legalisieren. Und da wird nochmal einmal mehr deutlich, wie wichtig unsere Studie ist, die wir da in Auftrag geben, mit eurer Hilfe, mit euren Weihnachtsspenden, wo wir endlich dann mal wirklich klare Zahlen auf den Tisch legen werden, was das Ganze denn tatsächlich kostet. Und dann kann die Bundesregierung da auch nicht mehr drum rum reden. Dann kann sie immer noch sagen, wir wollen nicht legalisieren, aber dass es keine Zahlen gibt, können sie dann nicht mehr sagen. Gleich nochmal zur FDP. Die scheinen wirklich jetzt Gas zu geben beim Thema Cannabis, was auch immer ihr sonst von der FDP haltet. Aber da machen sie gerade einiges. Und ein neuer Bundestagsabgeordneter Wieland Schinnenburg aus Hamburg, der hat jetzt vorgeschlagen, dass Hamburg eine gute Stadt wäre für ein kommunales Modellprojekt zur Cannabisabgabe. Auch daran sieht man wieder, das Thema ist nicht tot, auch nicht nach der Absage an Münster. Es wird munter weiter diskutiert über die kommunalen Modellprojekte. Und vielleicht kommt doch noch eins zustande in dieser Legislaturperiode. Der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter André Schulz ist schon lange ein Kritiker der repressiven Drogenpolitik innerhalb der Polizei. Schulz war auch auf der DHV-Konferenz Anfang November und hat auch da für eine Entkriminalisierung der Konsumenten geworben. Aber jetzt ist er noch einen Schritt weiter gegangen. In einem Artikel in der Hamburger Morgenpost fordert er einen regulierten Markt für Cannabis, also eine vollständige Legalisierung letztendlich. Das hat er bisher so offen nicht gemacht und er ist damit der erste Vertreter einer Polizeigewerkschaft, der das so klar und deutlich sagt. Weitere schöne Nachricht aus Deutschland. Es gibt ein Urteil vom Sozialgericht Hildesheim. Das hat entschieden, dass die Befristung der Kostenübernahme einer Krankenkasse für medizinisches Cannabis in einem konkreten Fall nicht rechtmäßig war. Von einer Befristung sei im Gesetz nicht die Rede. Und die Krankenkasse hat es auch akzeptiert und dem Patienten mittlerweile die unbefristete Kostenübernahme bestätigt. Und das könnte eine Signalwirkung haben, auch für viele andere Patienten mit befristeten Kostenübernahmen, insbesondere wenn die chronische Krankheiten haben, die nicht vorübergehend sind. Dann macht natürlich eine Befristung tatsächlich auch keinen Sinn. Schlechte Nachrichten kommen allerdings aus Österreich. Da gibt es ja eine neue Koalition seit kurzem aus ÖVP und FPÖ vom ganz rechten Rand. Und die haben in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie Hanfsamen und Stecklinge verbieten wollen. Da haben sich die Extremrechten von der FPÖ wohl durchgesetzt. Und österreichische Hanffreunde schauen eh schon neidisch nach Deutschland, weil wir dieses Medizingesetz haben, was es in Österreich so nicht gibt. Wir schauen neidisch in die Schweiz, wo dieser CBD-Gras-Boom gerade stattfindet und vor allen Dingen die Entkriminalisierung sehr konsequent durchgezogen worden ist. Aber wir schauen auch neidisch nach Österreich, weil die legale Hanfsamen haben und weil die dieses Stecklings-Business haben. Das ist wirtschaftlich interessant, aber auch jeder Hanffreund kann halt in den Laden gehen, sich so ein Steckling kaufen, eine Pflanze kaufen, die zuhause auf die Fensterbank stellen. Man darf die eben nur nicht zur Blüte bringen. Da sind uns die Österreicher weit voraus. Und das hat eben einen erheblichen Markt geschaffen, viele Arbeitsplätze geschaffen. Und die Stecklingsproduzenten sind in vielen Gemeinden die größten Steuerzahler oder zählen zu den größten Steuerzahlern. Insofern wäre also das ein harter Rückschlag, ein großer Rückschritt für Österreich, wenn sie das wirklich durchziehen und Samen und Stecklinge verbieten. Und ein harter Schlag wäre das auch für den Wiener Fußballklub Viktoria. Die haben nämlich gerade einen Sponsoring-Vertrag abgeschlossen mit dem Stecklingsproduzenten und der HV-Sponsor Flaue Field. Und der Verein finanziert damit insbesondere seine sozialen Projekte. Das ist einerseits schön zu sehen, wie eben dieses Cannabis-Business in Österreich normal geworden ist, dass halt so ein Sponsoring-Vertrag mit einem Sportclub zustande kommt. Aber das wird wohl möglicherweise schnell wieder zu Ende sein, wenn der Firma hier die Geschäftsgrundlage entzogen wird. Norwegen plant die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten. Damit folgt endlich ein weiteres europäisches Land, dem Beispiel von Portugal, die das ja schon vor ewigen Zeiten beschlossen haben. Und bisher hat es keine Nachahmer gefunden. Aber Norwegen will das jetzt machen. Allerdings ist es noch kein fertiges Gesetz. Es ist noch nicht Realität, sondern es ist eine Absichtserklärung, eine Aufforderung an die norwegische Regierung, entsprechend zu handeln. Und jetzt fährt da erstmal eine Delegation nach Portugal, um sich das da vor Ort anzugucken. Es wird also noch ein Momentchen dauern, bis das in Norwegen tatsächlich umgesetzt wird. Konkret umgesetzt hat allerdings Dänemark jetzt medizinisches Cannabis. Das ist jetzt in Dänemark möglich, zumindest im Rahmen eines zeitlich befristeten Versuchs. Wie auch immer. Jedenfalls können dänische Patienten mit bestimmten Krankheiten jetzt tatsächlich auch medizinisches Cannabis erhalten. Nochmal Cannabis als Medizin. Diesmal Australien. Australien hat vor einer Weile schon medizinisches Cannabis legalisiert. Und da gibt es auch eine legale Produktion in Kanada. Und jetzt erklärt die Regierung in Australien, dass sie auch den Export zulassen wollen von medizinischem Cannabis. Und sie streben sogar an, führender Cannabis-Exporteur zu werden. Kängurugras könnte also wahrscheinlich demnächst eine weitere Alternative für deutsche Patienten sein, während die Lizenzvergabe für den Anbau in Deutschland immer noch nicht so richtig vorwärts kommt. Ein ganz großes Thema ist Kalifornien, wo jetzt tatsächlich, wie hier schon mehrfach angekündigt, die ersten Shops eröffnen. Für alle nach und nach werden die einzelnen Kommunen jetzt nachziehen. Und wie ich hier auch schon angekündigt habe, hat das für etliche Schlagzeilen gesorgt, auch in deutschen Medien. Und das Ganze wird die weltweite Cannabis-Diskussion dauerhaft und massiv beeinflussen. Denn Kalifornien ist der US-Staat mit der höchsten Bevölkerungszahl, mit der stärksten Wirtschaftskraft. Und da kommen all die Filme und Serien her. Also auch da wird legales Cannabis demnächst sicherlich eine Rolle spielen. Allerdings muss Kalifornien bei der Überwachung der Qualität der Ware noch nachschärfen. Da hat es jetzt gerade eine Untersuchung gegeben, wo 93 Prozent der Proben mit Pestiziden belastet waren. Und jetzt erst mit der vollständigen Legalisierung werden da auch entsprechende Regeln eingeführt. Es gibt noch eine Übergangsfrist und dann werden die überhaupt erst durchgesetzt und wird massiv getestet und so weiter. Und vielleicht hängt ja damit eine rätselhafte Krankheit zusammen, die speziell in den USA, in einigen Staaten jetzt aufgetreten ist, wo massiv mit vielen Leuten, die da aufschlagen, mit einer ganz bestimmten Art von massiver Übelkeit. Das wäre also vielleicht eine Möglichkeit, da mal zu forschen, ob das an den ganzen Pestiziden liegt, die die Leute da rauchen. Weitere Infos dazu unter dem Video, wie immer. Dann kommen wir zur Linnenstraße. Da geht die Story weiter. Die hatte sich ja dramatisch angekündigt. Ein weiterer Nachbar hat den Anbau von Hanf auf dem Dachboden des Herrn Beimer festgestellt und hat ihm gedroht, das muss ein Ende haben und so weiter. Aber jetzt war die Weihnachtsausgabe dran und da hat sich erst mal alles, auch andere Handlungsstränge, haben sich alle irgendwie im Wohlbefinden aufgelöst. Und das könnt ihr hier noch mal kurz sehen. Reden wir doch mal, Tacheles. Sie fragen sich, ob ich meinem Stiefvater von Ihrer Plantage erzähle. Reduzieren Sie das auf den Eigenbedarf und meinetwegen auf den von ein paar bedürftigen Mitpatienten. Dann erfährt von mir niemand was. Damit komme ich schon zu den Terminen. Da hätten wir einmal Münster, da trifft sich die DHV-Ortsgruppe am 8. Januar. In Heidelberg trifft sich die DHV-Ortsgruppe auch am 8. Januar, beides Montag. In München trifft sich die Ortsgruppe am Sonntag, den 14. Januar. Und in Glienicke bei Berlin gibt es mal wieder eine Lesung von Jugendrichter Andreas Müller. Immer unterhaltsam, Mittwoch, 24. Januar. Und damit bitte ich euch, den Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, neben dem Abo-Knopf. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Bis zum nächsten Mal.